Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach Vorfahrtsfehlern und ungenügendem Sicherheitsabstand nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die meisten Unfälle tragen sich innerorts zu, vielfach sind Kinder daran beteiligt. Aus diesem Grund führt die Polizeidirektion Zwickau in regelmäßigen Abständen größere Kontrollen durch. Am Dienstag waren die Messstellen unter anderem in der Reichenbacher, der Erich-Mühsam und der äußeren Schneeberger Straße aufgebaut. Die Polizeidirektion Zwickau hat am Dienstag wieder Raser ins Visier genommen. Während Autofahrer am Flugplatz die ESO-Lichtschranke passierten und weiterfahren durften, wurden Verkehrsteilnehmer, die auf der Erich-Mühsam-Straße die zulässige Geschwindigkeit überschritten, noch vor Ort zur Kasse gebeten. Dort befindet sich eine 30er-Zone und in dem Zeitraum von 8 Uhr bis 10 Uhr durchliefen insgesamt 127 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon überschritten 11 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh. Der Spitzenreiter fuhr mit 57 km pro Stunde durch die 30er-Zone. Sanktioniert wurden auch Verstöße gegen die Anschnallpflicht und das Handyverbot am Steuer. Insgesamt 14 Laserpistolenkontrollen führte die Polizeidirektion am Dienstag in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Von 869 gemessenen Fahrzeugen waren 51 zu schnell unterwegs. Vier Verkehrsteilnehmer mussten ein Bußgeld entrichten. Kontrollen wie die gestrige wird es im Laufe des Jahres noch einige geben und das aus gutem Grund. Man könnte in dem Falle sagen, dass es mal notwendig war, die Fahrzeugführer wieder darauf hinzuweisen, auch Präsenz zu zeigen und im Grunde genommen auch verkehrserziehend dort zu handeln. Im Laufe des Jahres werden immer wieder durch Reviere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, um entsprechend dort tätig zu sein und quasi präventiv tätig zu werden. Wie die demnächst veröffentlichte Unfallstatistik für das Jahr 2015 zeigen wird, ist das nach wie vor bitter nötig. Die nächste Kontrolle kommt also bestimmt, nicht nur in Neuplanitz. Auf der Reichenbacher Straße passierten am Dienstagvormittag 1815 Fahrzeuge die in Höhe Flugplatz aufgebaute Lichtschranke. In den vier Stunden registrierte die Polizei 168 Geschwindigkeitsverstöße, von denen sieben im Bußgeldbereich lagen. Die nächsten europaweiten Kontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit finden in der kommenden Woche statt, darunter am 21. April der erste Blitzer-Marathon 2016. Zwischen 6 und 22 Uhr macht die Polizei in vielen Bundesländern und 20 europäischen Ländern Jagd auf Temposünder.